Schließe Deine Augen. Wünsch Dir was. Wenn das Leben nicht einfach ist, erinnere Dich daran. Schließ einfach Deine Augen und wünsch Dir was. Gerade wünschen wir uns ganz viel. Zeit in Gemeinschaft, Umarmungen, Lebensfreude. Stattdessen sitzen wir hier drinnen, eingeschlossen in unsere vier Wände. Kein Bock mehr hier zu sitzen und nicht zu wissen, was gut bringt. Einst wart Ihr Finsternis, jetzt aber seid Ihr durch den Herrn Licht geworden. Lebt als Kinder des Lichts. Das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Gott macht uns erfinderisch. Gott bringt uns Licht. Macht die Endgeräte an. Laptops, Handys, Fernsehen. Ihr wollt am Strand sein? Am Meer? In den Bergen? Im Wald? Heute ist so vieles möglich. Taucht ein, meditiert, betet. Nehmt das, was außen nicht mehr geht, im Inneren. In den Bergen? In den Bergen? In den Bergen? In den Bergen? Gauso 1. In den Bergen? In den Bergen? In den Bergen? In den Bergen? In die Bergen? In den Bergen? Okay, reken uttitshow. In den Bergen? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020